Frauen, Leben, Freiheit. Polizisten schießen mitten in Teheran auf Demonstranten. Menschen werden dort auf der Straße einfach umgebracht. Menschen, Massen auf den Straßen, die Stimmung ist geladen. Rauchschwaden, Barrikaden, die Staatsmacht hat sich aufgeblasen. Folter und Repressalien, Verfolgung, Hass, Tiraden. Die Leute kämpfen für ein Ende dieser Machtspirale. Bereit alles zu wagen, die Freiheit wird vergraben. Sie sind gekommen, um sie endlich wieder auszugraben. Von Teheran bis nach Paris, wir sprengen das Verlies. Kämpfen für das Paradies, Jin-Gian-Azadi. On va tous résister, par question d'abandonner. On va pour la liberté. Jin-Gian-Azadi. Oh, 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 oh. Liberte. Oh, 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 oh. Resistate. Oh, 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 oh. Liberte. Jin-Gian-Azadi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Liberté Résiste Liberté J.I.A.S.A.D. Liberté Résiste Liberté J.I.A.S.A.D. Wir haben ein Problem, wir haben ein Zeitpunkt für die Vampire und die Soupe gehen. Wir haben ein Arbeit, wir haben einen Plen-Temper. Wir haben ein Blumen gemacht. ein du vent, loure tes doit-te, évidemment, relève la tête, Antoine se chant, souviens-toi qu'ensemble, on est beaucoup plus puissant. C'est leur dogma qui me rend fou, ils sont instables, on est debout, au nom du bien, ils font le mal, ils ont la balle mais qu'ils dégagent, faut leur rappeler qu'ils sont seulement des passages, il faut leur rappeler qu'ils sont seulement des passages. On va tous résister, pas question d'abandonner, on se bat pour la lideration, Gia-Azal Gia-Azal